Wir tauschen Erfahrungen aus, wir tauschen Erfolge aus, wir besprechen auch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind und lernen von diesen Erfahrungen und ich finde, dass das ein sehr sehr wertvolles Gut ist, dass man einfach diesen Austausch mitnehmen kann, wieder ins tägliche Geschäft, um unseren Kunden dann einfach ein besseres Service bieten zu können. Bis zum nächsten Mal.